Was versteht man unter 510er Triptip? In diesem Video befassen wir uns mit dem Begriff 510er Triptip. Ein 510er Triptip ist ein Mundstück für einen Verdampfer einer E-Zigarette. Es gibt sie in unterschiedlichen Materialien und in unzähligen Farben und Formen. Sie dienen nicht nur zum Inhalieren des Verdampfes, sondern werden von vielen Dampfern auch als optisches Feintuning ihrer E-Zigarette benutzt. In der Regel wird das 510er Triptip durch ein einfaches Aufstecken gewechselt. Also es ist nicht zum Schrauben, sondern einfach nur ein Stecksystem. In der Regel befinden sich für den optimalen Halt ein oder mehrere Dichtringe. Schauen wir uns dies genauer an. Wenn wir so einen Verdampfer hernehmen, ist der obere Teil dieser hier der Triptip, welches einfach durch Abziehen ausgewechselt werden kann. Und wenn wir uns das anschauen, ist hier zum Beispiel ein Dichtring, um es fest in der Top Cap des Verdampfers zu fixieren. Dann gibt es auch noch, wenn wir uns das bei dem anschauen. Triptips bzw. Mundstücke mit zwei Dichtungen, um einen noch besseren Halt zu gewährleisten. Also wie man sieht, Triptips gibt es in unterschiedlichen Längen, unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Farben. Und man kann sagen, umso länger das Triptip ist, umso länger das Mundstück ist, desto kühler wird der Dampf. Denn er verlängert sich, bis er zum Mund kommt und kann dadurch abkühlen. Wenn wir uns dieses anschauen, zum Vergleich ein 510er Triptip, das ist dieses und das wäre dann ein 810er Triptip. Von der Größe her eine ganz andere Dimension. Hier kommt natürlich viel mehr Dampf durch beim 810er Triptip, da das in der Regel ein Direct Lang Verdampfer ist, der man direkt die Dampf in die Lunge inhaliert. Und bei einem 510er Triptip hat man ein kleines Loch, weil da weniger Dampf durchfließt. Also das ist ein 510er Triptip. Zusammengefasst, ein 510er Triptip ist nichts anderes als ein Mundstück für den Verdampfer auf deiner E-Zigarette. Und je nachdem, sie gibt es in unterschiedlichen Materialen, in Acryl, in Plastik, in Kunststoff, in Metall und 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 und. Und natürlich auch in unterschiedlichen Farben und Formen, um deine E-Zigarette, beziehungsweise deinem Verdampfer ein optisches Feintuning zu verpassen. In diesem Sinne, danke, ich hoffe das Video hat euch geholfen, was ein 510er Triptip ist und bis zum nächsten Mal.